Hallo alle zusammen. Die Insta360 X4, hier steht sie, das gute Stück, ist heute bei mir im Review. Wir werden uns heute darüber unterhalten, was die Kamera kann. Ich werde aber nicht nur sklavisch die ganzen Funktionen und Inhalte vorlesen. Ich will dir vor allen Dingen sagen, wie ich sie finde, welche Meinung ich dazu habe, denn ich war damit auch schon unterwegs und werde damit weiterhin auch unterwegs sein. Und im Hintergrund siehst du mein ganzes Sortiment an Zubehörmöglichkeiten. Das ist längst nicht alles, es gibt noch viel mehr, aber das ist das, was mir Insta360 zur Verfügung gestellt hat für diesen Test. Das heißt, vielen Dank an der Stelle. Das heißt, das ist eine Produktplatzierung, ein Werbevideo, aber es gibt keine Absprache zur Meinung. Das heißt, ich darf meine Meinung frei äußern, das werde ich auch tun, denn ich finde vieles, vieles wirklich gut und deutlich besser als bei der Vorgängerin. Aber an ein paar Stellen sage ich auch, das hätte vielleicht anders oder besser gelöst werden können. Also ich würde sagen, los geht's. Fangen wir mit der Kamera. Ihr seht sie hier schon. Und zwar habe ich sie mal verschieden aufgebaut. Zum einen ohne Linsenschutz und einmal mit Linsenschutz. Das ist der sogenannte Premium-Linsenschutz. Es gibt auch einen normalen, der ist so ein bisschen kunststoffähnlich. Das ist der bessere aus Glas und der ist auch scheinbar beschichtet, denn wenn ich die Kamera in die Sonne oder gegen das Licht halte, dann sieht die Oberfläche leicht braun, golden, so ein bisschen glänzend aus und es sieht aus, als wäre sie bedampft oder beschichtet mit etwas, um wahrscheinlich mit Gegenlicht oder Lensflares besser umgehen zu können. Also Linsenschutz kann ich auf jeden Fall den Premium empfehlen, weil dieser deutlich besser und langlebiger ist als der normale. Hier hinten drauf natürlich ohne Linsenschutz, da seht ihr, da sieht die Kamera fast genauso aus wie die Vorgängerin. Und ich finde grundsätzlich gut, dass Insta360 diesen endlich bietet, weil ich bei meiner letzten Version echt immer Angst hatte, gerade in Norwegen letztes Jahr, boah, wenn die Kamera runterfällt, dann ist die Schrott. Zumindest wäre jetzt quasi alles ungeschützt vorn drauf und man muss sie quasi immer einstecken, damit bloß nichts drauffallen kann und jetzt hast du den Schutz drauf und den lasse ich fast immer standardmäßig drauf, außer bei speziellen Sachen. Ansonsten bleibt der immer drauf und ich weiß zumindest, wenn der kaputt geht, kaufe ich den nach, aber die Linse darunter ist noch geschützt. Äußerlich ist die Kamera etwas angewachsen in der Größe und in der Dicke, aber rein vom Erscheinungsbild her fast identisch, fast gleich zu der Vorgängerin. Neuerungen gibt es vor allen Dingen hier vorn drauf, die displaylose Seite. Hier gibt es so ein Riffelungs-Profil, das ist nicht gummiert, das ist dieses Kunststoff-Gummi-Mix-Ding, würde ich sagen. Also fasst sich gut an, sieht sie noch ein bisschen mehr nach Outdoor, lässt sie nach Outdoor mehr aussehen lassen, so würde ich sagen. Von so her fasst es sich auch gut an, fasst sich hochwertig an und sie liegt recht gut in der Hand. Das entscheidet aber jetzt nicht, ob ich meine Aufnahme gut aufnehme oder nicht. Okay, gut, ansonsten gibt es hier vorn noch den Schriftzug und es gibt noch die Status-LED, die hier anzeigt, ob wir gerade die Aufnahme haben oder ob wir einfach nur im Status betriebsbereit sind. Dann gibt es an der Seite typischerweise hier oben wieder das Mikrofon, dann gibt es hier den Ein- und Ausschalter, darunter die Q-Taste, die du frei belegen kannst und das war's. Auf der anderen Seite gibt es den USB-C-Anschluss, da kannst du auch diesen Deckel einfach abziehen, das finde ich sehr praktisch und du kannst zum Beispiel einen Adapter für Mikrofone anschließen, wie diesen hier, den steckst du ran, da rastet es satt ein, der ist auch abgedichtet, aber ich sage nicht, dass sie dann noch Staub- und Spritzwasser geschützt ist. Du hast die Möglichkeit, hier einmal das Mikrofon dann anzuschließen per Klinke und du kannst hier unten zusätzlich trotzdem noch Power-Delivery oder USB-C generell nutzen, finde ich gut mitgedacht, weil viele Hersteller bringen Adapter und dann ist er quasi belegt und USB-C funktioniert dann nicht mehr. Von so her finde ich das sehr gut mitgedacht von Insta360. Mikrofone kannst du darüber wie gesagt anschließen und ich empfehle dir, das Mikrofon und das Kabel dann in diesem Fall wirklich sehr sauber anhand dieser Stitching, also dieser Seitenlinie hier dran zu legen, weil du ansonsten in der Aufnahme, im Schnitt sozusagen, in der Kantenverrechnung dann den Mikrofonadapter oder das Kabel sehen würdest. Von so her arbeitet es sauber, wenn du das Ganze hier dran legst und irgendwie befestigst. Im Zweifel nimm dir ein Funk-Bluetooth-Mikrofon, was hier unterstützt wird, denn die Kamera kann auch Bluetooth-Mikrofone unterstützen, nativ und auch Kopfhörer. Ich denke DJI zum Beispiel mit dem neuen Mikrofon wird unterstützt. Die Rode Wireless Go 2 werden nicht unterstützt, die müsste ich quasi hier so anschließen. Darunter gibt es dann den größeren Akku, der lässt sich auch wieder genauso rausnehmen und montieren wie bei dem Vorgänger. Der ist deutlich größer geworden, ungefähr 67% mehr Leistung, also längere Laufzeit, sagt Insta360. Und hier ist die Mikro-SD-Karte, hier in diesem Fall eine 256-Gigabyte-Karte von Insta360, aber die anderen Hersteller funktionieren in der Regel auch und ich hatte da meistens andere und nicht diese hier dabei. So, du kannst mit diesem Akku jetzt auch außerdem bis zu 135 Minuten aufnehmen. Das ist eine ganze Menge, wirklich eine ganze, ganze Menge und im Zweifel kannst du eben per Power-Delivery hier eine Powerbank anschließen oder ein Netzteil, wenn du gerade über Nacht vielleicht länger aufnimmst, Timelapse für mehrere Stunden machst oder so, dann könntest du quasi hierüber auch dafür sorgen, dass die Kamera auch weiter mit Strom versorgt wird. Gut, das ist so das. Unten dran gibt es noch die Möglichkeit, AK-Swiss-kompatible Geräte, also über das Gewinde draufzuschrauben. Das ist von Vorteil, wenn die Kamera sauber stehen soll, ohne zu kippen und zu wackeln und du könntest sie theoretisch auf ein Stativ anbringen oder auf etwas, was diesen Anschluss dann hat. Auf der anderen Seite haben wir hier dann noch hier unten wieder die Status-LED. Wir haben hier den Aufnahmetaster, wir haben daneben die Menütaste und wir haben hier das große Display, was größer als bei der Vorgängerin ist und größer ist auch hier besser, auch wenn das mehr Stromverbrauch bedeutet. Aber größer und besser meine ich zum Beispiel dahingehend, dass du besser beurteilen kannst, war das Video richtig aufgenommen, ist es scharf genug, stimmt der Fokus, also im Sinne von passt das, was ich aufgenommen habe und die Überprüfung gelingt dir mit dem größeren Display deutlich besser. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Kamera ein Ticken schneller geworden ist und ein Ticken zügiger reagiert auf dem Touchscreen, das ist so meine Wahrnehmung. Zum Ticken ist da was gegangen, von so her ist es auch sehr gut. Okay, kommen wir auf die Kamera zu sprechen, denn die größte Neuerung überhaupt ist natürlich die 8K-Funktion. Es werden viele sagen, für was brauche ich 8K, das braucht kein Mensch, ich habe nur ein 4K-Fernseher. Ja, 8K ist relevant, denn im Nachhinein legst du natürlich fest in dem Video, welchen Bereich du zeigen möchtest. Musik 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 Das sogenannte Reframing, also im Nachhinein festlegen, wo der Aufnahmerahmen sitzen soll und die Vorgängerversion konnte 5,7K, das bedeutete im Nachgang ungefähr Full HD konntest du an Material ausspucken lassen und hier kannst du bis zu 2,7K ausspucken lassen, hast beziehungsweise auch die Möglichkeit aus dem 8K Material überall auszuwählen in deutlich höherer und besserer Auflösung, welches Material, also welchen Bildausschnitt du wählen möchtest und das ist schon ziemlich gut, das heißt du kannst im Nachhinein sagen, ich möchte ein Hochformat oder ich möchte ein 360 Grad Video nativ exportieren, geht natürlich auch, oder ich möchte ein Querformat Video und das ist schon ziemlich cool, alle Möglichkeiten am Ende offen zu haben. Das ist so ein bisschen das, was wir Filme und Fotografen uns von den Kameras generell wünschen, dass man das quasi so aufnimmt, dass man im Nachhinein ohne Probleme irgendwie alles auswählen könnte, was natürlich nicht so einfach geht, aber hier ist es auf jeden Fall möglich, sodass du im Nachhinein ganz entspannt festlegen kannst, nehme ich das für YouTube im Querformat, nehme ich das im Hochformat für Social Media oder nehme ich einfach nur das Bild daraus, also kein Video, das ist dir überlassen, das geht ziemlich gut und über die Insta360 App, über die du gehen musst, kannst du das ganz bequem auch auswählen, du kannst danach im Nachhinein ganz bequem auch alles auswählen, was du auswählen möchtest, du kannst das Ganze bearbeiten, du kannst das auch in diesem Story-Modus bearbeiten, den mag ich sehr, da drückst du auf Aufnahme und sobald die Aufnahme läuft, bestimmst du, wo du hinschaust, wie rein- und rausgezoomt wird und das wird genauso aufgenommen und das kannst du dann als Video exportieren, sodass du das quasi direkt verwenden kannst. Oder du gehst ganz normal in den Bearbeitungsmodus und legst fest, Keyframe hier, Keyframe da, also Markierungspunkt hier und bis zum nächsten Markierungspunkt lass das Video einfach so laufen oder schwenke mit der Kamera, zoome rein, zoome raus, auch kein Problem. Auch diesen Tiny-Planet-Effekt kannst du auch während der Aufnahme direkt im Nachhinein auch nochmal erzeugen, sodass du den quasi dort vor Ort nicht brauchst, wo du bist, sondern im Nachhinein ganz bequem auch nochmal auswählen kannst. Also ihr seht und hört, Auflösung ist da wirklich mal alles in diesem Fall und nicht um den Grund geht es eben diesen größeren Akku, weil eben höhere Auflösung mehr Akkukapazität und mehr Akkuleistung, Stromleistung braucht. Und du hast natürlich auch eine höhere Bitrate. Du kannst bis zu 200 Mbit inzwischen jetzt die Videos aufnehmen, das heißt noch mehr Details, noch mehr Schärfe und weniger störende Artefakte, die auftreten könnten in dem Video, weil das alles nochmal besser abgespeichert werden kann. Also videoseitig bist du da wirklich auf der sicheren Seite, sodass du da wirklich Vollgas geben kannst und die Kamera ohne Probleme als Action Cam, als 360 Grad Cam oder als Vlogging Cam, whatever, wirklich richtig gut benutzen kannst. Speaking of Video und Mikrofon, ich habe es gerade eben gesagt, du kannst außen anschließen, du kannst es per Bluetooth anschließen, du kannst aber auch das interne Mikrofon nehmen, weil das schon sehr, sehr, sehr gut ist. Es gibt die Möglichkeit, außen noch diese Gummi-Schaumstoff-Puschel anzubringen, sodass du quasi die Windgeräusche besser rausfiltern lassen kannst. Du kannst aber auch die Windgeräusche direkt per Software hier drin, schon so einstellst, die Windgeräusche rausgefiltert werden, schon quasi softwareseitig. Man kann es auch im Nachhinein noch bearbeiten, aber klar, im Zweifel, wenn du die Kamera so benutzt, als Vlogging-Kamera zum Beispiel, dann kannst du diese Puschel an der Seite anbringen. Ich benutze die nicht, weil ich Angst habe, sie zu verlieren. Und zum anderen, für mich reicht der native Sound, der hier aufgenommen wird und wieder rauskommt, für das, was ich mache, völlig aus. Da ich vor allen Dingen viel im Reise-Content unterwegs bin, mit dieser Kamera zumindest, da brauche ich den Sound auch eher weniger, weil ich meistens Musik drauflege oder Spoken-Sachen drauflege. Von so her, für mich ist es weniger relevant, aber wenn das wirklich ein Thema ist, kann ich sagen, der interne Ton, der ist gut bis sehr gut und den kann man im Nachhinein auch noch ein bisschen pimpen. Von so her, ja, kann man auf jeden Fall per Video das Ganze wirklich auch mit Ton recht gut benutzen. Dann vielleicht noch etwas zum Thema Überhitzung. Also Überhitzung im Sinne von, schaltet die Kamera sich ab oder wird sie zu schnell heiß. Das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, die Kamera wird sehr schnell warm, wenn sie mit der App verbunden ist und quasi ständig Daten austauscht. Da wurde sie sehr schnell warm, finde ich. Und ich hatte auch die Beobachtung gemacht, dass der Akku nicht so lange hält, wenn sie quasi dauerhaft per Bluetooth verbunden ist. Das müsstest du ein bisschen ausprobieren bei dir, ob dir das reicht. Ich meine, wenn du zu Hause bist, kannst du sie anschließen und dann einfach parallel laden und benutzen. Das geht auch. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass der Akku da dann doch deutlich schneller runter geht als in der normalen Benutzung. Kann aber auch in meinem Fall nur sein. Weiß ich nicht. Dann noch Speaking of Bluetooth. Du hast jetzt eine 5.2 Bluetooth-Technologie und ich meine die 5.0. Das heißt nochmal deutlich sichere Verbindung, deutlich bessere, stabilere Verbindung. Also da hat auch Insta360 dafür gesorgt, dass das Ganze wirklich gut im Allround genutzt werden kann. Jetzt ist es die Frage, für was kann man die Kamera noch benutzen? Natürlich auch zum Tauchen. Bis zu 10 Meter ist das Gehäuse wasserdicht. Wenn du tiefer gehst, müsstest du, wo haben wir das hier? Wenn du tiefer gehst, müsstest du dann dieses Tauchcase benutzen. Und da muss ich sagen, das macht total Sinn. Zum einen macht das für mich zumindest Sinn, wenn ich in irgendeinen Tümpel reinhalte, weil dann einfach der Schlamm nicht mehr an der Kamera drin ist, an den Anschlüssen, sondern außen am Gehäuse, das wasche ich ab. Im Zweifel mache ich es auf und die Kamera ist innen drin aber auch sauber. Und zum anderen sorgt das dafür, weil das sind immer Herstellerangaben mit diesen Dichtheiten in der Tiefe. Von so her sorgt das auch dafür, dass du von vornherein einfach sicher bist, dass die Kamera wirklich nicht in den Wasserschaden gehen könnte. Im Zweifel, wenn du damit wirklich Tauchfahrten vorhast und wenn das nur 2-3 Meter sind, würde ich immer dieses Tauchcase bevorzugen, weil zum einen wird das rausgerechnet, du siehst das nicht mehr, das ist nicht im Bild zu sehen. Und zum anderen bist du sicher, dass die Kamera nicht unnötig verdreckt mit den Anschlüssen und den Kanten und sie ist einfach geschützt vor dem Wasser. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, natürlich auch eine ganze Menge verschiedene Sticks anzuschließen. Wir haben zum Beispiel diesen großen 3-Meter-Stick. Also da muss ich sagen, die anderen sind zwar recht cool, aber der 3-Meter-Stick, also der ist wirklich, der ist wirklich der Knaller. Zum einen ist es sehr gut verarbeitet, diese Carbon-Optik, wenn das nicht sogar Carbon ist, ich weiß es nicht. Ultraleicht, also sieht schwer massiv aus, ist aber ultraleicht und lässt sich total easy hochziehen. Ihr seht das, ich ziehe einfach so hoch und dann schiebt es schon das nächste Stabglied durch und das hält. Das hält sozusagen mit das Gewicht der Kamera, drückt den Stab nicht zurück. Und ich war mit diesem Stab in Karlsruhe im Schlossgarten unterwegs und hatte den Stab fast komplett ausgefahren. Und damit kannst du schon Drohnen, ähnliche Verfolgungsszenen aufnehmen. Musst eben noch schauen, wie die Sonne steht, damit man den Stab in die Kamera nicht zieht. Überraschung mit dem Schatten, da war was. Ansonsten kann man den Stick wirklich echt gut konfigurieren. Ihr seht das, ihr könnt auch nur diesen dünnen Stab hier vorne ausfahren, wenn ihr den wollt. Von so her, der ist sehr flexibel und da er doch sehr leicht ist, könnte man ihn theoretisch auch als immer dabei Stick benutzen, weil er, ich sag mal, diese Größe brauche ich schon ungefähr, selbst bei Armlänge, wenn es von mir weiter weg ist, brauche ich schon ungefähr, naja, so ein bisschen, die Länge bräuchte ich schon und das kann ich ohne Probleme mit diesem Stick erzeugen und kann theoretisch auch noch weiter rausziehen. Also bis zu drei Meter bedeutet, durch den 360-Grad-Effekt kannst du Drohnen-ähnliche Shots, wie gesagt, oder Fake-Drohnen-Shots aufnehmen, sodass du in Gebieten, wo du nicht fliegen darfst oder dir unsicher bist, im Zweifel dann eben die Kamera nehmen kannst und selbst im Nachhinein noch festlegen kannst, in welche Richtung möchte ich filmen oder gefilmt haben, was mit der Drohne eben nicht so einfach ist und du störst auch niemanden und gerade in Naturschutzgebieten oder auch wenn du bei Wildtieren unterwegs bist, ich habe auch diese Wildgänse damit gefilmt, und auch wenn die sehr zutraulich sind, ja, mit der Drohne ist das einfach zu laut und zu gefährlich und ich denke auch unangemessen den Tieren und der Situation gegenüber und mit der Kamera kannst du quasi so ein bisschen näher halten und du störst dich aber nicht mit einem Gegenstand, der ihnen quasi gefährlich werden könnte. Im Zweifel ziehst du eben die Kamera wieder zurück, aber kannst halt auch eine Tauchfahrt hinter ihnen machen und das geht eben mit der Drohne nicht. Und so her, durchaus sehr vielseitig einsetzbar. Ich werde mit der Kamera auf jeden Fall noch eine ganze Weile unterwegs sein, also die nächsten Monate werde ich die hin und wieder benutzen, werde ich auch zu meinen nächsten Touren mitnehmen und werde unterwegs auf jeden Fall berichten, wie ich die Kamera finde. Und wenn du sehen möchtest, wo und wann, dann schau unbedingt auf Instagram vorbei, auf meinem Kanal. Schau gern regelmäßig vorbei und folge mit und auch bitte, wenn du möchtest, dann verpasst du keine neuen Storys mehr, unter anderem auch zu dieser Kamera. Und wenn du der Meinung bist, die Kamera, die ist was für dich, du holst sie dir vielleicht doch lieber noch, bevor du die Vorgängerin holst, dann schau gern mal an die Shownotes, jetzt vom 27. Mai bis 7. Juni 2024. Je nachdem, wann du dieses Video siehst, gibt es eine groß angelegte Rabattaktion bei Insta360. Und wenn du über meinen Link hier unten einkaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Du zahlst aber nichts drauf, du hast die vollen Rabatte alle dabei und unterstützt quasi hier diesen Kanal ein bisschen damit. Und du kriegst natürlich den vollen Rabatt, den Insta360 gerade jetzt aktuell anbietet, je nachdem, wann du dieses Video, wie gesagt, siehst. Von so her lohnt sich der Blick dort rein, da wird immer mal auch eine Rabattaktion reingelegt. Es lohnt sich schon reinzuschauen, es gibt auch andere tolle Produkte von Insta360 und so her. Kann ich nur ermutigen, mal dort im offiziellen Online-Store vorbeizuschauen. So, und zum Abschluss natürlich noch die Frage, für wen lohnt sich die Kamera? Für wen ist die geeignet? Und wo sehe ich Kritikpunkte, Verbesserungspunkte? Fangen wir rückwärts an. Also, dieser Linsenschutz lässt sich für meine Begriffe, wie gesagt, tatsächlich schlecht abnehmen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Der Linsenschutz ist ziemlich filigran, also er ist stabil, aber lässt sich schwer anbringen und schwer abbringen. Da muss ich sagen, das hätte ein bisschen besser funktionieren müssen, dass man es einfach einfacher handelt vor Ort, weil für mich ist es kompliziert, den drauf zu bekommen und der geht so schwer drauf und so schwer ab, dass ich mir sage, wenn er drauf ist, dann bleibt er halt drauf und entscheide mich eben für eine Aufnahme bewusst ohne Linsenschutz. Das ist so das eine, bin jetzt vielleicht wieder nur ich, allerdings ist das etwas, wo ich sage, das hätte schon von vornherein ein bisschen anders gelöst werden können. Das ist so Kritikpunkt Nummer 1 und Kritikpunkt Nummer 2 ist hier das Scharnier zum USB-C-Anschluss. Also ja, der lässt sich super leicht einfach abnehmen, aber das ist halt auch nur so ein bisschen Gummi-Kunststoff, also mehr Kunststoff als Gummi. Von so her habe ich da ein bisschen Bedenken, wie oft ich das abmachen kann, bis es eben dann nicht mehr hält oder ab ist. Das finde ich sehr schade. Da hätte Insta360 vorsorgen können, indem man vielleicht von vornherein so gut wie jedes Bluetooth-Mikrofon per Software-Update unterstützt, damit du nichts anschließen musst, eben nur USB-C, wenn du es wirklich brauchst und die ganze Tongeschichte, also Kopfhörer oder Mikrofongeschichte, wird automatisch per Bluetooth eingespeist. Das hätte gelöst werden können, meiner Meinung nach. Das ist so eine Software-Sache, das hätte man sicher halt fixen können von vornherein. Das finde ich ein bisschen schade, weil dann hätte man auch verschiedene Funk-Mikrofone nutzen können von Anfang an und hätte nicht unbedingt auf USB-C und den Adapter setzen müssen, weil den musst du halt auch kaufen und das finde ich ein bisschen schwierig, wenn du jetzt sagst, ja gut, der Adapter nur dafür, ich habe aber schon das gute Mikrofonsystem, also daher wäre es gut gewesen von vornherein einfach dafür zu sorgen, dass das Ganze auch so nativ funktioniert. Und natürlich die Frage der Zielgruppe. Insta360 hat ganz klar gesagt, dass das die Zielgruppe Hobby und ambitionierte Filmer, Fotografen ist, sehe ich auch so. Also im Hobby-Bereich, das hat schon eine echte Nummer, vom Preis her ist es jetzt nicht billig. Ich sage mal, wenn ich mir die aktuelle GoPro kaufe, zahle ich auch fast das gleiche Geld. Nicht so viel mehr, also es passt schon ungefähr vom Geld. Allerdings ist die GoPro eine ganz andere Zielgruppe und hat auch ein anderes Packmaß. Die GoPro ist nicht ganz so breit, vielleicht ungefähr nur so, ein bisschen höher, aber kleiner und kompakter die GoPro, definitiv. Und wenn es um Windwiderstand geht, vielleicht auf der Drohne oder auf dem Motorrad, dann würde ich wahrscheinlich eher auf eine GoPro setzen als auf eine Insta360, auf Langzeit zumindest, weil ich Angst hätte, dass sie einfach aufgrund des größeren Windwiderstandes mir vielleicht doch mal abreißt oder wogegen stößt. Aber die Zielgruppe ist schon ambitionierte Hobbyfotografen und Filmer, denn die Vorgängerin ist schon recht gut und fast gut genug für jeden, der mal ein bisschen 360 Grad filmen möchte. Also wer nun damit ein bisschen spielt, mit der Familie, mit Freunden, mal so ein paar lustige Videos dreht oder sagt, die nehme ich für den Urlaub mit. Dann brauchst du nicht zwingend diese Variante, weil du für dich im Privatbereich mit der Vorgängerin fast alles hast, wie die, ja, kleineres Display, kleinerer Akku, aber come on, da kannst du dir auch die vorhergehende günstiger kaufen, vielleicht eine Aktion mit einem zweiten Akku und dann bist du fertig. Also das reicht für die meisten, denke ich aus. Alle anderen, die etwas ambitionierter unterwegs sind, die dir sagen, ich möchte im Nachhinein mehr als Full HD an Output haben, für die führt kein Weg an der X4 vorbei, weil sie mit 2,7K schon mal deutlich höher in der Auflösung ist und einfach viel mehr Mehrwert bietet. Also jetzt kannst du selbst entscheiden, ob die Kamera für dich etwas ist, ob du sagst, hey, die passt, die schaue ich mir mal näher an oder eben noch die Vorgängerin. Lass es mich auf jeden Fall wissen. Hier in den Videokommentaren würde mich sehr freuen, wenn du mir reinschreibst, ob du die Kamera bereits hast, ob du in der Meinung bist, die Vorgängerkamera reicht völlig aus oder vielleicht die Ace, Ace Pro ist vielleicht eher so deins. Schreib es mir bitte unter dieses Video würde mich sehr freuen und wenn du es nicht getan hast, unbedingt diesen Kanal abonnieren, dieses Video liken, das hilft mir wieder im Algorithmus und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.